Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play wieder auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder Parabins am Schlüssel. Wir haben uns ein Draxxus ausgesucht. Es gibt Neuigkeiten, wie ich gesehen habe, was ich ziemlich feiere. So zum Beispiel hier diesen Rotationsmodus, der ja jetzt auch dazu gekommen ist. Finde ich cool. Oh, ich bin am Brennen. Alter, ich bin schon wieder fast tot. Ich muss mich jetzt mal kurz... Oha, ich muss mich mal kurz regenerieren. So, dann bin ich auf jeden Fall... Ah, Mist. Bin ich auf jeden Fall gut gelungen. Es macht immer noch Spaß wie vorher. Es gibt ein paar neue Charaktere, die ich gesehen habe. Diese Rotationsmodus ist neu, die ich auch gefeier. Und das Spiel an sich hat ja vorher auch ganz viel Spaß gemacht. So, ich bedanke mich, dass du auf jeden Fall eingeschaltet hast. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal richtig aufs Gameplay hier und dann let's go. Oh, ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Das sieht man jetzt schon. Ei, 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 ei. Komm her, das ist ein Kitzel. Wobei er denn? Er chillt hier einfach am Spawn und so. Oh mein Gott, ich hab ihn nicht gesehen. Oh, er chillt ja. Aber Karl ist ja kein Problem. Jawohl, Verteidigung fehlgeschlagen. GZ, GZ. Ist auf jeden Fall wieder eine Runde, die man nicht läuft. Ist auch nicht schlimm. Ist wieder meine erste Runde nach langem, bis auf jeden Fall aufgenommen wird hier. Wenn es euch auf jeden Fall gefällt hier, dass ich mal wieder Paladin zocke und ihr Bock habt, mir zu zocken. Der Name ist in der Beschreibung unten. Ein Live-Stream wird heute Abend um 21 Uhr. Punktgenau starten auf icrux-hd. Also genau, seid ihr jetzt twitch.tv. Und dann kommt ihr auf jeden Fall zu mir auf den Twitch-Kanal und könnt dann eine Weile zuschauen, wenn ihr mögt. 3, 2, 1, let's go, Mann. Oh Mann ey, das ist schon wieder so eine Sache, die mir auf jeden Fall gefällt. Auf jetzt denn wieder so zu verlieren, das ist... Ach, egal. Man kann sich seine Teammates nicht aussuchen. Seit Ende sind Freunde, aber das ist... Das ist dann wieder was anderes. Na komm, um uns. Ne, der Fiktor hat uns schon wieder, Alter. Das ist schon wieder so. Ich schwanger. Ey, das ist nicht normal. Ich hasse Victor. Es gibt kein Charakter, den ich mehr hasse als Victor. Vor allem bei der einfach auch so durchstrangt. Ey, die Flinte, die ist cool. Die hat ne Flinte, Alter. Die ist mehr als cool, Mann. Ich hab Victor geholt. Oh mein Gott, ich hab ihn noch wirklich noch nie gespielt. An Drugs, das ist kein Charakter, den ich irgendwie Erfahrungen mit habe oder so. Das war ja schon richtig epic, der Hehl. Oh mein Gott, ey. Let's go, Mann. Weiter geht's. Egal, ab nach vorne schauen. Wir sind so schlecht, weil wir am Verlieren sind, aber ist doch nicht schlimm. Das Video, glaube ich, eigentlich auch Just for Fun, wo es so ist, soll jetzt einfach kein Video sein, wo ich sage, so, okay, ich muss jetzt irgendwie. Ah, das hab ich wenigstens. Aber piss mich. Nein. Das kriegst du nicht. Ich bin wieder einfach alle im Spawnschild. Das geht das Ganze. Das sind eigentlich wieder nur zwei Stück, die sich zu wegen, Mann. Wie gesagt, wobei ich denke, wie mache ich das nicht, um irgendwelche Klicks zu generieren oder so und zwar, sondern ich will, ah, wenigstens noch einen Kill gemacht bei der Dillalage. So. Ihr habt das Video jetzt einfach nur gemacht, weil ich einfach richtig Bock drauf hatte. Wenn es euch gefällt, dass ich wieder Paladins zocke, dann lasst einen Daumen nach oben da und, äh, habt's gesehen, wie schnell die Runde ging. Ich gar nichts da verhört. Das Video wird wahrscheinlich nicht mal zehn Minuten lang sein. Aber wie gesagt, Livestream ist da. Heute Abend um 21 Uhr. Wir werden da laufen und... Ich will an der Stelle einfach schon sagen. Bis zum nächsten Video. Ich bin hier raus. Beziehungsweise wir sehen uns dann im Livestream. Ciao.